Was habe ich da nochmals gesehen? Das erinnert mich an den herkömmlichen Briefkasten. Jetzt haben wir eine Lösung entwickelt, wie man diesen Paket-Safe auch in eine neue Briefkastenanlage integrieren könnte. Da ist jetzt praktisch der Sack nicht wie hier an der Wand befestigt, sondern am Deckel von der Anlage befestigt. Das bedeutet, der verschwindet komplett unter der Wand. Wenn der jetzt geöffnet wird, er braucht wieder keinen Schlüssel dazu, er öffnet einfach den Deckel, rollt sich der Sack wieder aus und das Paket wird, wie wir es vorhin gezeigt haben, zugestellt. Ich hoffe, dass wir bald überall diese Systeme sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Ebenfalls. Tschüss.